so 13 111 brot legt mir musste es geht bei dir für ein film getreide haben noch gut ist ich bin schon schiss es ist wenig wird das wird verkehrt wird zukünftig dann brauchen wir noch schweine sparte kloster und schafe brauchen auf jeden fall noch schafe brauchen auf jeden fall noch das gebäude wird gebaut träger ein jahr ruhe jetzt ich baue jetzt dass man das was ich gern hätte und zwar schafis kommen jetzt hierhin so werden schafi magst du deine felder nicht ja die sind nicht arbeitslos die kollegen hier trifft sich fast relativ gut ja die sind noch beschäftigt haben noch ein bisschen was zu arbeiten jetzt muss etwas abreißen und zwar hier so das anklicken sehen wie komisch so weil wir wollen jetzt da nicht weg durch ja jetzt haben wir ein bisschen das ist okay echt jetzt der typ ist total überfordert hallo danke der schreiner ist total überfordert glaube auch den zweiten so dankeschön so nein ich höre schon bauen wollte ich bauen wollte ich bauen dd dd ddd ddd das war mal kurz zwar das ist nicht falsch das war sogar perfekt nach restaurant macht konzervereit lager delivery Die Aussage fällt mir jetzt aber nicht Da gibt es nur eine Lösung dafür Ein Lager aus Lass mich direkt hier reinklatschen So, zack, Thema erledigt Und da braucht man allerdings nur noch einen Weg durch Und das ist jetzt genau das, was mir Sorge macht Okay, dann kommt das weg Ja, kann man wieder kaufen und wieder was hinbauen Das ist ja in Ordnung, so Jetzt bin ich voll überautark, du So Okay, ist ein komischer Weg ein bisschen, aber ist mir egal Das sieht schön aus, muss ja nicht mal das Platz gerade sein So Ich wollte es mal erwähnt haben So, 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 so Bisschen Holz wird ein Mann, muss was arbeiten können Und ich brauche jetzt ein Steuerbüro Weil ich keinen Bock mehr habe, die ganzen Steuernzappen Einzutreiben, das nervt langsam So, Spitzer Ich brauche es auch nicht Bäckerei Lagerfall hat doch die Fresse Welche? Die? Ah ne, die gab es schon fertig Ja, sehr schön Freut mir Dann mach mal, mein Herr Wenn da gleich das Ding zu nehmen ist Ähm, das lag aus Dann sind wir da auch relativ gut dran Haben da gar keinen Stress mit Ja, doch, 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 doch Gefällt mir Gefällt mir jetzt, wie sie alles rumwuselt Schön Die machen heuer Bubu Die sind überladen Das finde ich jetzt aber doof Müssen jetzt, müssen definitiv Wir bauen jetzt mal Steinwege Gehe hier, das geht jetzt mal auf den Sack Wenn ich Geld hätte Hat noch jemand Geld für mich Sehe ich mit ihr aus? Bist du jetzt mal voll? Ja, der ist voll So, der hat noch Geld für mich Der auch Der Sonst noch wer? Oh, du vor allem Äh, was, 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 was Irgendwas Schlimmes? Nein, gut Dacht grad Das wäre nicht jetzt nicht toll War ich nicht so amuse drüber Schlechte Nachrichten, Herr Boogie No Müssen wir es abreißen Wir kommen nicht drumrum Wildbibsum, sum, sum, sum Kann man aber den bauen Bleibt das leider halt nicht aus Ja, und den Tieren geht es auch gut Den Wildbestand Den lassen wir natürlich jetzt in Ruhe Dann auch mal ihren Frieden haben So Oh, 189 Alter Ich weiß noch, als ich damals alles aus Steinwegen hatte Das war voll das Gewusel Das war geil, aber ey, so ein teurer Spaß, du Da siehst du mal schön so ein Zehntausender wegfliegen So, fui Weg ist er Okay, das müssen wir aber auf der Seite haben Das kann ich mich nicht vorstellen Ja, das passt Holz ist grad ein Haufen Klar, da wird es Wir bauen grad ein bisschen was Da geht ein Haufen Holz weg Dann noch die anderen Errungenschaft Balder 2 Cool Was Was Habe ich wen vergessen? Das wird auch Schafe machen Ich glaub mit dem roten Punkt passt das fast mit dem Klicken, ne? Genau So Ja, 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 ja Du hast keine Schafis Bla, bla, bla Du willst Schafis Ich weiß doch Ich will doch auch Schafis Schafis sind cool Er ist nicht Schafis 250 das Stück Ich hab nur keine 250 mehr Jetzt hab ich wieder 250 Hä? Ach, die waren einfach schon mal obligatorisch abgezogen Ach so, ja gut Wenn das so ist Tada Ich sag's grad so Okay, Geld weg Das geht nicht, dass die Lageräußerung schon wieder voll sind Was hab ich hier für einen Schrott Müssen wir mal kurz nachschauen Aha Boah, ein bisschen arg viel Getreide Jetzt komm, wir betreiben halt Oh, die Kohle will ich ja nicht verkaufen, ne? Ja, mach mal Platz kurz Äh Uns fehlt eigentlich das Geld grad wieder Wie sieht's eigentlich mit der Steuererhöhung aus? Mal wird das schon eine Weile her Ja, geht eigentlich Komm, ich bin grad bei 108% Das ist scheiße Uns geht's Wasser grad nur aus Äh, brauchen wir dann Brunner Brunner, 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 Brunner Ja, komm mal hier Ne, da wollte ich eigentlich was anderes hinbauen, ne? Das passt ja eh nicht hin Kann man denn hier hin klatschen? Ja, perfekt So Ich könnte hier hinten auch einen Brunner gebrauchen, ne? Aber die sind weit weglaufen War ich sogar logisch Warum ist ja eigentlich ein Doppeltweg durch? und bauen ja so viel spaß so dass sie gut aus der sie gut aus das lager so gebaut das ist schön der der schafer schafft die schafe dann können wir auch die menschen schneiderei machen die können dann auch noch gott ist gut dass man das lager aus der haben ein breed for the people und schafft drei alle ich glaube ich habe gemisch aller hiemen freigeschalten wenn es weitergeht der händler ist das ja schön hallo freundchen 134 alter kadaver übertreibs halt die kräuter lasse ich die holzkohle kann man ein bisschen reduziert oder sondern das war es auch schon 860 wird auf der kante sagt so dann kann man hier ein zweites schafi einbauen ich habe ich kein so sagt dann hätte ich aber auch noch gerne stofferei so das ist auch mal klar erledigt ist was ich jetzt total vernachlässigt habe ist löschturm genau deswegen genau da fällt nicht da hat auch die schnauze ach weil das im hang ist da liegt natürlich total geil klingt natürlich total geil so dass er aber zügig vor es kommt kriegt ja ein stein weg wenn ich jetzt mal so spindabel geht es nicht hier runter rein zufällig jaja der bretterschmiede bräuchte schon noch keine sorge wollen können wir uns welche kaufen haben ja soweit gell das passt ja alles das passt ja alles so soll es ja nicht sein das war der löschturm ist eigentlich mit dem löscht aktion da hinten aus in der mac ja deutschmann auch noch einen dann haben wir sie jetzt sind ja auch die versorgt die ich komme noch nicht upgraden das fehlt noch produktionsgebäude haben wir nicht level 5 nehmen level 4 wir haben gleich level 5 aber das ist gut dann haben die produktionsgebäude nämlich hoch woche benötigt bretter ja ich weiß doch man verkaufen kann man leider gerade nichts mehr so die bretters in der welt 35 stück wir können auch nur 100 sachen kaufen insgesamt müsste berücksichtigen wenn er das selber mal spielt ich bin ein kleiner towns man dann hau mir alles um für die bübsen nein ich füge schaffe ich ja sie verflöschte hier verkehrt jetzt halt mal ich will sehen wie es aussieht mit einer geschwammer noba hopften hahn rum alter was geht denn bei dir ab mega schweif du das tier ne was machst du da unten hallo so oben kein holz bist du bescheuert voll lange weg behindert oder was es hilft da wieder hoch alles gibt bei dem ab über h i believe i can fly ich glaube dazu wird berückserter bei er da die usa das anders sieht so ein typ der gesagt vielleicht ja wirklich gar keine flüge ich hatte haus auch keine durch verleiht flüge ist nur mit tragen sind gemeint so ein ich hätte aber jetzt hier gern kurz noch ein wegschen und die steuerkammer wollte ich noch bahn kostet 2000 das heute das mit abgeschreckt hat ja noch mal höh also wir haben 32 leder ja gut wenn ich aber einiges hat ist mir jolo das ist egal da mache ich jetzt keinen stress vor ich bin nicht brenner welche denn ein paar hier auch die gestorben ja das ist nicht so gut ja das ist wieder nicht welche denn ich glaube immer ja das war es dann wir haben für die dinge so die säge mit aufnehmen daher kommt da folge ist noch übrigens umlauf grad neun stück im gebäudelager ja die sollte dann mal raus sehr geht er da man erinnert er schön sehr verbundene wirtshaus kapazität 62 haben wir da alles gut ist gut ist gut ist gut ist gut da fehlt aber geld und material und holz und bretter und es wird so sehr gesagt ja das war für die auch nochmals erstmal ja einfach mal schluss für heute war wir in ehremen gespielt haben wir auch immer noch weiter ich möchte noch ein bisschen ausbauen wir haben noch ein bisschen was zu tun um ein paar gebäude zu errichten alkohol zu produzieren und andere sachen zu machen und so als wir mal noch genügend platz auf der karte ein bisschen was zu besiedeln aber macht spaß gibt es bei dem natürlich wieder in der beschreibung wo es kaufen könnte und die offizielle homepage wenn ich sie finde es gibt gab es ist glaube ein oder zwei mal in der felter gab es keine offizielle homepage vom spiel oder vom entwickler was ich ein bisschen schade fand aber das ist halt mal leider so gibt es auch soll vorkommen aber er mir gespielt haben das leiten teilen kommentieren aber nicht vergessen in diesem sinne auf wiedersehen tschüss euer strebergehe